Ich heiße Anne Mottl und bin hier als Wanderschäferin unterwegs. Im Moment bin ich gerade mit der Herde in der Anbeilerer Gemarkung und betreibe hier Landschaftspflege. Ich heiße Anne Mottl und bin ich gerade mit der Herde in der Anbeilerer Gemarkung und betreibe hier mit der Herde in 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 der Herde.